Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Günter Oettinger, für deine kurzweilige, auch launige, aber eben auch hochkompetente Rede und Ansprache. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dass wir auch eine Fragerunde aufrufen. Herr Oettinger muss heute noch weiter, so als wir Sie Interesse haben, auch zum Mikro zu greifen. Wir haben schon ein Saalmikrofon, wurde im Radio zugetragen. Das können wir dann auch wandern lassen, wenn es funktioniert. Ja, es funktioniert. Gibt es denn aus dem Publikum heraus das Bedürfnis oder wie auch immer, eine Frage zu stellen? Oder Sie sind alle wunschlos glücklich? Das geht natürlich auch. Dann sind Sie natürlich umso schneller. Ja, bitte, Frau Torsten. Also ganz herzlichen Dank für diesen weitgespannten Überblick. Und eine Sache interessiert mich besonders, nämlich die kulturellen. Wir haben ja in Europa, gerade zum Osten hin, sind ja nun verschiedene kulturelle Schwerpunkte. Und wie ist die Vision, dass diese kulturellen Unterschiede, krassen Unterschiede aus meiner Sicht, nun tatsächlich zueinander werden in Europa? Was ist da die Vision? Wir können auch Fragen sammeln. Wie gesagt, wenn noch weitere Fragen im Raum wären, ist nicht der Fall, dann sind Sie nachher umso schneller bei Ihnen, das geht natürlich auch. Aber vielleicht möchten wir es auch einigen, dann könnte ich noch nicht. Liebe Frau Torsten, natürlich reden wir Europäer unterschiedlich, aber nicht größer Europäer. Auch die Badener und die Gürttemberger, der Schatzfelder, der Schatzfelder, der Schmerz, der Schmerz, die Reihen, die es immer bestätigen. die machen das ganze Jahr Karneval, und so wie eben auch schon gerade unter die Multikuldings ist Europa von einer unglücklichen Vielfalt, Sprachvielfalt, 24 Sprachen, Religionsvielfalt, und alle haben ihre Geschichte. Die Polen sind unglaublich freiheitsgeführend. Und haben eine Urangst, die aus der Geschichte kommt, nach dem Sie weichen, dass irgendwie Russland Deutschland gemeinsame Sache zu ihren Lasten machen. Karl Höfter. Ich habe noch eine Frage. Oder aber die Ungarn. Ungarn war ein ganz mächtiges Reich. Es gibt ja in Serbien aber kein Ungarn, die mal früher in einem Königreich gewesen sind. Und sie wurden immer Gegenstand von Kriegen gegen das manische Reich. Weltgrad vergleichbar. Das heißt, man muss verstehen, dass im Ungarn das Thema Implantation von Muslimen etwas weniger akzeptiert findet, als er in der Kunstbohlschule seit Jahrzehnten zürchische Mitglieder die Gastarbeiter waren, die Mitglieder geworden sind. Den Einhalt für Europäer werden wir nicht schaffen. Das wollen wir auch nicht. Wenn unsere Sprache bleibt, wie sie ist, die ist über Musik hinterlegt, die spricht Goethe oder über Geschenk hinterlegt, das ist die Vielfalt. Wir müssen sehen, wo sind gemeinsame Grundlagen. Behaupte ich erstens, wir haben ein Interesse gemeinsam, dass in unserer Nachwirtschaft gestabliert wurde. Also, Stichwort Afrika, Stichwort Arabien, Stichwort Militzen. Wir haben zweites Interesse, dass in der Wirtschaft die Stellen ernstreich sind. Das ist die Frage, Lebensmittelhygiene oder aber Sicherheitsvorschliffe für Autos, greifen Profilen tief, Lenkzeichen für Fahrzeuge oder aber Transport für Tieren oder aber Urheberlechenschutz für den kreativen Sektor es gemeinsam regeln. Und drittens, in Wittenberg und USA und China haben wir darüber, wie haben wir Muskeln. Denn America First heißt ja indirekt Europe Second or Third Orden Nachen. Deswegen müssen die Vielfalt erhalten, eine Stärke. Ich würde da gar nicht schlimm gehen, ich meine, wer uns direkt spricht, egal ob alle Menschen direkt oder Stärke direkt, der muss ausreichend verständlich reden, aber zu dem Auf die Vielfalt bis hin zur Tracht, bis hin zu Volksmusik, bis hin zu Landschaftsprägen, Gelächelstolz sein. Aber umgekehrt sollten wir sagen, fort sein daheim und im Vielfalt Europa unterwiesen. Und ansonsten Kultur, ich glaube, wir könnten Kultur exportieren und von anderen zusammenkultur achten, alles. Man kann überall sehen, wo ist die Musikkultur, Erziehungskultur, wo ist die Bedingungkultur, die Erziehungskultur, wo ist die Kultur pünktlich zu sein, wo ist die Zeit, finden wir Menschenkünfte, anderen, wo die anderen mehr Kultur haben, als wir lernen und umgekehrt. Und damit ziehen wir die Kultur Europas unterschiedlich, aber nach oben, indem man von anderen Land und Kulturen gerne sieht und übernimmt. Jetzt habe ich noch zwei Fragen hier gesehen, in Gruppe Wohm will sehr und danke. Ich hätte mal eine Frage, wieso muss eigentlich europäische Kleinigkeit regeln, wieso müssen wir zum Beispiel Staubsauger regeln, wie stark die sein müssen, Sparbirnen etc., das können doch die Länder selber regeln. Das wäre meine Frage. Und gleich die zweite hinterher, weil dann wird was abschließen, weil wie gesagt, Herr Oettinger müsste dann auch noch weiter den Diskussionsteil abschließen. Philipp Dörfinger malen schon an, ein Schlusswort gibt. die ist Ja, ich wollte noch etwas dazu sagen, die Damen haben vorhin gesprochen, die große Unterschiede, kulturelle Unterschiede, Dörfinger, die Dörfinger, die Dörfinger, Und ich kann nun beruhigen, die Unterschiede sind nicht so groß, ich will auch Sängerin und die klassische Musik haben den Zugang als Europäer, sagen wir, sind wie alle gleich, die Musiker ja. Und ich wollte nur sagen, dass ich mich begrüße, dass man des Weiteren glauben würde, dass die Polizei nah auch den Deutschen sind, in vielen ja, trotz unserer Regierung. Es ist ja kaum etwas hinzuzufügen. Vielen Dank für diese Wortmeldung und dann lassen wir uns wissen. Vielen Dank für die Wortmeldung. Ja, Herr Berdinger, Sie haben ja manchmal gesagt, es gibt immer mehr Parteien und Organisationen, die für einen anti-europäischen Kurs, oder will ein anti-europäischen Kurs werden. Und ich würde Ihnen ja auch fragen, dass viele Jugendliche, Sie haben ja auch anfangs gesagt, die Europa gar nicht so wertschätzen, wie es vielleicht erfahrener Menschen tun, oder ein Europa, der unterschiedliche Nationen bewerfen kann. Was für Ideen gibt es ja in der Kommission und auch seit dem Parlament, um Europa für junge Menschen wieder attraktiv zu machen. Ich will Ihnen auch zeigen, warum Europa attraktiv ist. Für unsere Kinder ist da alles die Erziehung und die Rechnung und die Rechnung und die Schule, die Lehre, der Wicht. Ich glaube, dass wir unseren Kindern gegenüber über unsere Geschichte, unsere Kriegsgeschichten, unsere Ausweiterungsgeschichten und den Erfolg des Jahrzehntes, die wir sprechen müssen. Und dass unsere Schulen, unsere Lehrer, Orte sein müssen und über das europäische Projekt ebenfalls informiert werden. Es tun Grenzregionen mehr als wir, aber es ist überall gut. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass am Sonntagabend vor Tatort nicht nur ein Bericht aus Berlin bei den Programmen AAB und ZDF kommt, sondern auch ein Bericht aus Brüssel geben. Und eine Gruppe sind nun wie immer. Die Aussage ist im Nachbarland Polen. Warschau ist eine aufstrebende Weltstrategie. Als bei Jürgen. Franzi, Krakau, Westau, tolle Städte. Und Polen ist ein dynamisch wachsendes, wirtschaftlich starkes Land. Wir müssen zur Regierung gar nichts sagen. Die Polen fehlt im Grunde von der Sozialdemokratie. Sein gleicher Lecher gibt es nur zwei Parteien. Die mitte rechts und die mitte rechts. Und die bekämpfen sich aufs Messer. Die Kaczynski und die TÜS-Nachbarn. Man kann generell sagen, in Ländern, wo es eine stabile Parteienleitschaft gibt, eine Partei zu mindestens. Einen mit rechts. Das ist irgendwann nicht wahr. Wenn er dort diese beiden Säulen nicht in Schnee und Schwarz sind, dann wird spüren. Das sagt Beispiel. In Österreich war das seltene Mal. Die beiden Säulen, SPÖ und ÖVP, haben eine Daten aufgestellt, die beide nicht in diesem Fall kamen. Begründet. Gut gemacht. Da musste einen in jungen Jahren Linken krönen, Alberswilten krönen. So eine Art Alpenkletschen. Von allen Seiten unterstützt man das gerade eben in der Liste, wie Europa gerechnet. Oder Frankreich. Im gleichen Fall. Hollande und Walz, die haben vor fünf Jahren bei der Präsidenten war, also bei der Nationalen, 52 Prozent gekriegt. Die ist bei sechs bis sieben. Die müssen wir verarbeiten. Nach fünf Jahren, zwei Euro auf sechs. Und meine Partei, die Dominikaner, hatten mit Sarkozy, Jules Pérez und Fion, eigentlich drei gute Kandidaten. Fion lag längere Zeit vorne, aber eigentlich ein bisschen mit Grundsatzgelb. Wenn das zuerst tot ist, streckt man ab. Da musste jetzt ein stark ab, Macron, ohne Partei, die Demokratie reden. Und dann indirekt Frankreich aus der fünften Europapie in die sechste Europapie gebracht. Das ging nicht so. Überall sind Gefahren da, wenn Mitte links, Mitte rechts nicht stabil ist. In Deutschland ist Mitte links, Mitte rechts ausreichend stabil. Deswegen wird bei uns eine Partei links oder rechts populistisch nicht in dem Maße Chancen haben, wie es in anderen Ländern leider besteht. Die Frage, warum müssen wir in Europa alles machen, ist da recht. Aber ich erwähne mir zwei Dinge. Ich erwähne das Thema Staubsauger selbst auch erwähnt. Wenn uns Klimaschutz ernst ist, wenn wir glauben, dass zwischen Energieverbrauch und damit CO2-Emissionen, Drehungsgasen, Rohstoffenverbrauch und im Moment ein Taman geschieht. Wenn wir immer mehr Stürme wie jetzt und Tornados nicht provozieren wollen, dann müssen wir das 2 Grad Ziegen halten. Und da gehört eben auch der Stromverbrauch in Gebäuden hinzu. Und deswegen haben wir gesagt, wir sollten bei Haushaltsgeräten schauen, dass die Effizienz werden und weniger Strom verbrauchen. Und das geht. Und dann hat die Industrie gesagt, in Ordnung. Aber dann bitte ein Marken regeln und nicht 28 Marken. Denn hätten wir 28 Regelungen, dann wäre ein Motor in der Staubsauger in Österreich mit 29 Watt, in Deutschland mit 1000, zahlt mit 1200. Dann müssten Miele, Siemens, Philips und andere 28 Motoren einbauen. Und da gibt es keine viele Marken mehr. Dann wäre der Staubsauger in Kehl, in der Straße wird nicht erlaubt. Und umgekehrt. Und das wäre ganz einfach lieber Eiwein-Bürokratie als 28 Bürokratie. Ein zweites Beispiel ist im Standort die Gurke. Es war vor 15 Jahren eine europäische Nahrungswissenschaftliche. Das heißt, das ist ein Problem. Also Rewe, Tengelmann, Carrefour, Lidl, Edeka und all den anderen. Der Politik gesagt, wir haben folgendes Problem. Gurke und andere Früchte werden von Stern her importiert. Marokko, Israel und Spanien. Die werden geerntet halbreit. Und werden dann auf dem Weg zu uns ausgreifen. Aber, da musst du wissen, in einer Kiste oder einem Container, wie viel Fruchtfleisch, wie viel Wasser, wie viel Luft. Damit die Temperatursteuerung und die Klimasteuerung und die Feuchtigkeitssteuerung im Schiff oder auf verschiedenen Containern und dem Lastkraftwagen die perfekte Dosierung haben. Damit die Gurke bei uns bei Edeka im Laden grün, knackig, frisch ankommen. Deswegen hat man die Gurke normiert. Die Form. Wir haben es in der Barroso-Kommission vor sieben Jahren ersatzlos abgeschafft. Die Form der Gurke mit trotzdem gleich. Der hat sich bewirrt. Lieber eine Europatie als 28 Mal. Wenn man es runterbrechen wird, würde man auch sagen, wir machen eine kurde Normierung in Frankreich, eine in Deutschland und dann noch eine in Baden-Württemberg und eine in Baden und eine in Württemberg, dann kein Problem. Und deswegen, es gibt eben Dinge, die man enträgeln muss und dann besser einheitlich einmal als 28 Mal. Das sind die Gründe, warum bis hinter den Hubern in diesen Fragen einfach Europa halt im Binnenmarkt vorangeht. Zum Teil betreten wir uns, gestehe ich zufrieden, aber meistens, wenn wir betreten, sind es andere aus Berlin, die nach oben drin sind. Also aus dem deutschen Minister. Und meistens, wenn da eine Regelung hin, worüber sie geschaffen ist, wird sich in Berliner Stückkart noch getoppt, also bei Fauna, Flora und Habitat Natura 2000, müssen die Deutschen strenger in die Umsetzung als Europa abfohlen. Und so weiter, zum Thema Euro-Kazin, wir haben die Hausordnung, den Musstermietvertrag, der Haus im Bund, wo sie stehen, nach 80 Uhr keine Datenbesuche mehr, Schneehoffi um 6 Uhr. Bei dem Thema werden die Italiener und Griechen locker unterwegs, wie Sie und ich. Aber die Deutschen wollen, dass es wenn, dann streng zugehen. Und Sie bleiben schon ab. So, das Wort hat jetzt der Kreisvorsitzende der Jungen Union, vielen Dörfinger. Und auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Günther, auch fürs Kommen, fürs Jelenwesen sein. Das war wirklich famos, das war großartig. Und ich glaube, die allermeisten sind auch wirklich nicht nur heller begeistert, sondern auch tief beeindruckt. Wir müssen Europa bei dir wirklich sehr, sehr guten Händen. Vielen Dank. Und auch von meiner drückter Seite noch einen schönen guten Abend, auch wenn Sie es jetzt im Endeffekt. Befolgt nicht die Vorzeit der Herr Schein oder so. Wir können zwar leider nicht mit dem Stroh rum dienen, die Vorzeit. Aber wir hätten einen Goldstein, der wäre jetzt auch gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Günther hat es gerade schon angesprochen. Es war wirklich sehr toll. Auch Ihre Leidenschaft, Ihre Begeisterung für Europa. Das macht auch Mut. Und ich möchte an der Stelle noch ganz kurz die Situation nutzen. Ich möchte mich mal bedanken für den Wahlkampf. Einerseits einen so tollen Kandidaten haben, der so viel Gas gibt, so viel Power gibt. Ich glaube, das ist schon mal ein riesen Applaus für alle. Viele wissen es vielleicht. Herr Wettchen auch noch. Herr Griechmann, wir waren beide in der Jungen Union. Und in der Jungen Union lernt man, wie ein Teamplayer zu spielen hat, wie ein gutes Team aussieht. Und an der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken bei meiner Jungen Union, und bei der ganzen Jungs-Familie. An mir macht wirklich alle super Job. Und mir macht es mega viel Spaß bei euch. Und ich glaube, das ist wohl noch ein 24. Danke. Wir haben uns eigentlich noch was. Ich war sehr beeindruckt. Ich fand es toll. Ich bin froh, dass ich hier lieben bin und die Ausführungen gemacht habe und Sie nicht nur begrüßt habe. Ich habe jetzt für Sie noch zum einen ein Buch hier über Rom, über das Panorama. Und das zweite Buch ist die Werke von Assisi, dem großen Künstler, der sich hierher präsentiert. Ich danke Ihnen, dass Sie überreichen. Und ja, wir laden Sie jetzt ein. Da gibt es noch zu trinken. Relativ ordentliches Bier, habe ich gesagt. Also insofern klappt es, glaube ich, ganz gut. Es wäre schön, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben und bald mal wieder nach Forza kommen. Die Erlebnisse hier in Forza geliehen waren ja noch sehr eindrucksvoll. Damals, ich erinnere mich noch an Ihren Landesparteitag, den Sie hier geleitet haben. Und am nächsten Tag im Interview mit der Forza mal Zeit und gesagt haben, was war das Beste an den Landesparteitagen? Haben Sie den Vertrag gesammelnden Abend in der Altenbrauerei, in den alten Bierkehrern? Das hat mich natürlich dann mal sehr gefreut. Herzlichen Dank noch an mir.